Ja, hallo liebe Leute hier auf meinem Kanal. Dies ist ein kleines, kleines, ganz kleines Infovideo. Keine Angst, das ist alles in Ordnung, alles beim Besten. Ich wollte euch nur ganz, ganz kurz darüber informieren, dass ich ab sofort auch eine Facebook-Seite habe. Und zwar aus dem Grund, da es hier auf YouTube keine Feeds mehr gibt. Ich kann keine Feeds mehr schreiben. Also ihr habt das vielleicht ab und zu mal gesehen, wenn ich ein paar Sätze an euch gerichtet hatte, auf meiner Startseite oder wie auch immer man das nennt. Und das ist jetzt leider weg. Diese Option ist weg. Das kotzt mich ein bisschen an, aber naja, was soll's. Ich habe mir jetzt eine Facebook-Seite eingerichtet. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder wenn ihr auf meinen Kanal-Banner schaut. Dort ist jetzt ein kleines Icon mit Facebook angegeben. Dort findet ihr die Seite auch. Diese Seite ist jetzt nicht dafür da, dass ich euch jeden Tag mein ganzes Leben erzähle, sondern einfach nur, falls es irgendwie mal, falls mal was ist, falls mal mit dem Kanal vielleicht was ist, oder falls mal eine Weile keine Videos kommen und ich irgendwas zu tun habe oder wenn ich mal wieder plötzlich krank bin oder was auch immer. Auf jeden Fall dafür ist das gedacht. Ja, das war's eigentlich auch schon. Nachher kommt wieder ein neuer Part von Resident Evil Code Veronica. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.